Und da sind wir auch schon wieder und wir befinden uns immer noch hier und ich gehe jetzt einfach hier lang. Und dann hat sich das erledigt hier. Oh! Piratensymbol. Oh, das war jetzt so unabsichtlich. Ja, genau, wir heben das. Das ist so schwer. Ciao. Genau, immer schön aus der Hüfte heben. Oh Gott, ich hoffe es ist nicht noch ein Rätsel. Es ist der Preis, das goldene Steuerrad geht an Nathan Drake. Äh, 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 was? Ich habe doch gar keine Ahnung. Ich kann das auch nicht noch machen. Hä? Nichts. Die Symbole auf den Kugeln passen nicht zu denen im Licht. Hä? Was drehe ich denn hier? Gar nichts. Achso, warte mal. Hä? Nein, mach doch das nicht. So, das muss zu holen. Das haben wir. So. So. Wir müssen die exakte Hälfte hinkriegen. Oh, dann tun wir das jetzt wieder. Drehen. Fängt ja die Folge schon mal gut an. So. Jetzt haben wir eigentlich die perfekte. Bitte. Was ist das? Oh, schau. Statue? Wir raten Kapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Albasra und der, den ich mir nicht merken kann. Wer war noch gleich dieser Albasra-Tür? Da muss der Mogul sein. Ich will erst mal gucken. Ich will erst mal gucken. Müssen sie noch matchen? Ist das so besser? Wartet mal. Das ist richtig. Wie kriegen wir hin, dass wir nur das eine drehen? Nee, ich will nur eins drehen. Jawohl. Ja, bitte. Jetzt musst du sie nur noch ins Licht. Ja, das kriegen wir ganz locker flockig hin hier. Das wäre doch gelacht. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mace, Tariq Bin Malik und Christopher Condit. Acht von zwölf. Okay. Auf zur letzten Runde anscheinend. Hey, schau. Aber das stimmt ja. Dieser Bin Malik sieht fauchisch aus. Naja, ist er auch. Was macht er so weit weg von der Barbaristen-Füste? Pst, das gleiche wie wir. Wir sind für die Action. Ja, toll. Das ist richtig so. Oh, Mist. Ah, ich glaube, das war zu weit. Okay, wir müssen schauen, wie weit sie daneben liegen, wenn sie im Licht stehen. Oh, Mist. Gut. Okay. Ah, das gibt's doch nicht. Der dreht sich also so rum. Ist der aber richtig... Oh, ich krieg's im Kopf. Ach, Mann ey. Bam, 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 bam. Jetzt ist das richtig, aber das nicht. Jetzt ist das richtig, aber das nicht. Ich glaub's nicht. Das kann's nicht sein. Na, bloß gut hat er das gesagt. Ich hab das eigene Ding nicht gesehen. Wunderbar. Wer weiß, wo der hin ist? Was haben wir hier? Ach komm, einfach, einfach alles drücken. Ist auch egal. Oh, ein fortschrittliches Fortbewegungsmittel. Der Sonnenfahrstuhl. Scheiße. Du hast deine fehlende Avery-Statue. Hoho. Ich glaub langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Nein, das wollen wir nicht sehen. Uh, das geht's. Ganz schön tief unter. Ähm. Ach komm. Willst du mich verarschen? Ach Gott. Uh, das geht's. Ganz schön tief unter. Ja. Dann machen wir's jetzt. So. Das haben wir schon erledigt. Dann können wir hier jetzt... Nicht gerissen. Aber da runter geht's nicht. Wir müssen da lang. Hey, komm runter. Lalalalala, 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 lalalalala. Ja komm, jetzt tu nicht so. Na gut. Dann werden wir wieder den Weg zurück antreten. Lalalalala, lalalalala. Man muss ja alles auch mal nachgucken, ob man nicht irgendwas vergessen hat. Wir haben sowieso schon jetzt bis zu diesem Kapitel einfach auch schon wahrscheinlich Schätze übersehen. Das Boot ist da unten. Nach innen, Captain. Aber das ist nicht schlimm. So. Ich wusste nicht, dass der so schnell ist. Die Hände mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Ich bin zu aufgeregt, mir zittert unständlich die Hände. Ja, das gefühlte. Entweder das oder... Ich brauch ne Zigarette. Vielleicht etwas vertreibes. So. Wir sind angekommen an unserem Ziel. Wir hoffen sie. Wir hatten eine... Was macht der zur Hölle? Der landet irgendwann noch mit dem Kopf volle Kanne im Sand. Und dann sind wir gestorben und wir kriegen wieder den Ärger. So. Der hat hatte ein Fernrohr. Aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das. Und wir merken, das Wetter ändert sich. Ich hoffe, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir hier die Geheimnisse der Insel aufdecken. Gut, dann schauen wir mal. Los, Sam. Und zwei, drei. Hoppala. So, dann schauen wir mal durch. Eine Insel. Und wer sich erinnern kann, ganz am Anfang sind wir genau mit diesem Boot gefahren auf eine Insel. Optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcázas Schlinge raushaben. Dann schon. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Und wir kriegen Besuch. War ja klar. Und ich glaube, das ist die Szene, die wir am Anfang gesehen haben. Nathan! Sie wollen aus! Oh, shit! Nathan! Aber wir können ja nicht am Ende sein. Ich muss sagen, ich habe im Internet geschaut, da stand es gar, es gibt 21 Kapitel. Von daher, wir sind jetzt bei Kapitel 12 oder 13. Ich glaube nicht, dass das sich jetzt alles hier zusammenfügt und, äh, dass dann das Ende ist. Oh. So. Kapitel 13. Schiffbruch. Ich muss von diesem Strand runter. Sam! Sam! Hörst du mich? Halt die Klappe! Ruf den nicht, ey! Was aufhört? Er muss durch den Monsoon. Sorry. Das musste jetzt einfach sein. Nein, ich bin kein Tokio Hotel Fan, das kann ich hier zugeben. Ähm. Okay. Erstmal weiter nach oben kommen. Erste Regel, nach oben. Finde raus, wo du bist. Ja. Sam! Komm schon, antworte mir! Das sehe ich genauso. Erste Regel nach oben, so schau, wo du bist. Pitsch, Pitsch, Patsch. Das Problem ist einfach, dass wir nicht rennen können. Wir haben anscheinend auch keine Waffen, ich habe mal kurz durchgeschaut. Ja, ihr sagt nicht, hier ist kalt. Der arme Mann. Hä? Ich muss hier nochmal lang. Wo zur Hölle geht es hier lang? Hier geht es nach oben. Da ist Feuer, das heißt, wir sind da gestreut. Da schaut es aus, als ob es nach oben geht. Verdammt! Sam! 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 Oh mein Ja, den kannst du rufen, der wird dir wahrscheinlich nicht antworten So wie das ausschaut Oh Gott Oh, was haben wir hier? Okay, dann wird alles weg Verdammt Das könnte sein, dass das Sam war Ich hoffe, es war Sam Hier geht es anscheinend nicht lang Ach, da geht es lang Okay Und trotz des eisigen Wetters und der Was gut daran ist, mehr kann ich nicht verlieren Außer mein Leben Äh Selbst ich spreche das Ist das erste Anzeichen für Wahnsinn Komm schon Komm schon, Nathan Nathan, komm schon Verdammt Oh, nein Einfach durchbeißen Einfach durchbeißen Ja toll, einfach durchbeißen Hier geht es Ach doch, hier geht es lang Verdammt 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 Mach doch nicht sowas, ey Es war so schön Ich beeil mich schon, Nathan Dass wir hier den richtigen Weg für dich finden Er hat keine Kraft zum Springen Habe ich das Gefühl Ausgelockt Machte ich mich auf den Weg Ich musste höher kommen Ich muss weitermachen, einfach weitermachen Genau Ich musste weitermachen Für meinen Bruder Ich musste Diesen Schatz finden Ich wollte nicht, dass er Für umsonst Verschwunden ist Hä, warum nimmt er denn jetzt nicht wieder hier diesen Ist echt ein bisschen schwierig Okay Ach, ich habe uns kein Stress, Nathan Nathan Komm schon Ich weiß nicht, ist das der richtige Weg? Ähm, nein, das ist nicht der richtige Weg Das Wasser rauschte nur so in meinem Gesicht Ich weiß nicht, warum Ich mir das antate Ich meine Es ist nicht mein Problem Aber ich tate es Er war mein Bruder Boah, ich dachte, wir sind jetzt gestorben Das wär's jetzt gewesen Nein Aber wenigstens sind unsere Haare trocken Ich bin mir das S. I. SIG PAVIS MAGNA. SAM. Komm schon, wo steckst du? Mist. Ah, ich muss zu diesem seltsamen Berg. Aber es hat wenigstens aufgehört zu regnen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich komme zu dir. Okay. Ich will nicht nach oben. Ja, das hat Wasser aus den Bergen manchmal so an sich. Ja, aber wir müssen ja nicht immer klettern. Ach, du jemini. Hä? Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und... Und... Zack. Komm schon, komm schon. Jawoll. Prima. Und nun stehe ich hier, am Rande meiner Existenz. Und weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Oh doch, wir wissen, wie ich heute kommen soll. Oh, ich weiß nicht, was daran so lustig ist. Okay, hier geht es also nicht mehr lang. Freak Climbing. Freak Climbing. Für alle, die das mal ausprobieren wollen. Oh nein, ich muss da rüber irgendwie. Ist halt ein bisschen schwierig. Wartet mal, vielleicht geht es ja nicht mehr lang. Aber hier. Und hops. Und hops. Und damit würde ich sagen, beenden wir erstmal diese Folge hier. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich dann wieder mit Sam. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Und ciao. Ciao.